Herzlich willkommen zu Locker mit Docker. Heute das Thema Docker Hub. Was ist ein Docker Hub? Docker Hub ist ein Repository, in dem man seine Docker-Files, Docker-Container und Docker-Projekte hosten kann, damit man sie halt zur Verfügung hat online, auf den verschiedenen Servern, ohne die jedes Mal auf den Server selbst hochladen zu müssen, zum Beispiel. Im Grunde sowas wie eine Source-Code-Verwaltung wie Git, nur für Docker. Es gibt auf Docker Hub zwei verschiedene Repositoris. Arten, sage ich mal. Es gibt einmal ein ganz normales Repository, in dem einfach nur die Repoinfo steht, ein paar Tags, das sind die verschiedenen Versionen des Containers, der da gespeichert ist, die Entwickler, Webhooks und Settings. Standardmäßig hat man auf Docker Hub ein privates Repo, der Rest ist alles öffentlich, ansonsten darf man dafür zahlen. Normal. Was ist nun der Unterschied zwischen diesen zwei verschiedenen Repros? Einmal, wie man hier sieht, gibt es hier kein Docker-File. Das liegt daran, dass hier in diesem Repro direkt ein Docker-Container gepusht worden ist. Das heißt, hier liegt kein Docker-File oder mit Source-Code oder sowas, sondern hier liegt ein Abbild des zuletzt gespeicherten Docker-Containers in der Version Latest. Dann gibt es aber auch noch Repros, die sind Automated Build. Das heißt, in diesem Repros findet ihr mehr als nur die Standard-Informationen wie Repro-Info, Tags, Collaborators, Webhooks und Settings. Ihr findet weiterhin das Docker-File, das ist hier hinterlegt. Da kann man reingucken, was für ein Docker-File das ist. Dann gibt es hier die Build-Details. Das heißt, wann wurde dieses Projekt das letzte Mal gebaut oder erstellt oder generiert der Docker-Container. Dann gibt es noch Settings dazu. Da sieht man jetzt auch hier die verschiedenen Tags. Zum Beispiel hier Latest. Ich könnte jetzt ein weiteres machen mit Version 1, Version 2, Version 3, 5.0, keine Ahnung. Und, ganz wichtig, es ist das Git-Repositorium mit verliegend. Das heißt, es gibt auf GitHub oder Bitbucket oder wo auch immer in eurem privaten Git-Repos ein entsprechendes Repro, wo der Source-Code dazu liegt, wie zum Beispiel Skripte, Configs und, und, und. Und natürlich das Docker-File. Das Docker-File wird auch aus diesem Repository genommen und hier angezeigt. Und der Unterschied ist, dass bei dem ersten Repo, dass der Docker-Container hinterlegt ist. Und der ist so erstmal nicht änderbar. Bei dem Automated Build ist es so, dass sich, sobald sich im Repository von Git irgendetwas ändert, der Container auf Docker Hub neu gebaut wird, automatisch. Deswegen ein Automated Build. Das heißt, jede Änderung in Git ist automatisch ein neuer Container auf Docker Hub. Wie kann ich denn jetzt einen Docker-Container auf Docker Hub pushen, damit ich ihn dort weiterverwenden kann oder anderen zur Verfügung stellen kann? Das erkläre ich euch im nächsten Video. Also lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und wir sehen uns. Und dann alles den Kanal und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.